oh einzigartige boden 4 prozent schneller angriff plus vier kritische hit treffer chance plus drei decks attribute bonus bloß 25 markt das ist eigentlich fast auch nicht schlecht muss ich sagen 105 und 124 crow fly aber ich mache mit dem einfach viel mehr schaden ich meine die attribute von dem finde ich ganz toll muss ich echt sagen die gefallen mir gut auf der anderen seite machen mit dem bogen den ich gerade habe echt gut schaden weswegen ich auch eigentlich nicht probieren muss den bogen zu wechseln kommen wir gehen mal hier lang und wir gehen hier mal zurück neben habe zombies auseinander schnappen uns ein stadtportal und ein paar da kommt schon kommt ja jungs endlich mal ist ein bisschen was los ok endlich war hier mal ein bisschen was los noch mehr jungs kommen auf wiedersehen aber so groß die herausforderungen war das jetzt auch nicht und ein stadtportal dann geht es hier wieder auf die andere seite es ist ja alles sehr symmetrisch hier naja gut so symmetrisch ist es jetzt auch nicht symmetrisch genug offenbar so die jungs haben wir auch erledigt also ich meine ich muss sagen es ist ganz nett ist es ist schön gemacht und so aber es fehlt irgendwie so ein bisschen der besondere reiz also die herausforderung die hält sich jetzt in grenzen muss ich sagen gut ich weiß jetzt nicht auf was ich spiel ähm muss ich zugeben so wir laufen hier könnten eigentlich mal endlich unsere quiste abgeben so kombination wahrscheinlich oder einfach schnell genug tschüss okay inventar identifikation so zauber oh ich habe zauber eingesagt ähm heal self stufe 1 okay inventar hund der hat auch heal self oder draining touch frost die benutze ich übrigens auch nicht so also noch mal hier dem brauche ich definitiv nicht den gerade auch überhaupt gar nicht ach komm weg damit die sowieso den auch ja auf jeden fall ah nee 11 genau 4 vergiss es 3 vergiss es ja starb ring plus zwei decks äh habe ich jeweils plus ein decks das gefällt mir da schon besser und der gefällt mir auch besser und dann denke ich werde ich doch einfach mal ein stadtportal aufmachen nachdem ich das andere zeug eingesammelt habe so und dann habe ich doch hier einen mysteriösen patch 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 2 gegen 3 eisschaden um drei prozent erhöht aber kommt weg damit 25 noch back 10 magische attribute bonus 16 gesundheit und 11 eisenwiderstand plus 1 sockel eiswiderstand giftwiderstand stärke attribut bonus plus 4 und rüstung plus 4 das hier wäre magie ich weiß nicht ob das wirklich besser ist aber es hat zumindest ein sockel das heißt ich kann mir dann noch irgendwas mit decks reinhauen oder so was so da draußen ist noch irgendwas also bei mir am fenster hat irgendwas geschummert ich weiß nicht genau was gut erfahrung gold und decks decks sind sie bei mir alle auf zwei deswegen ist es für mich ziemlich egal erfahrung werden ok na gut dann machen wir das doch einfacher anders wir machen das folgendermaßen dass wir hier durch diese tür gehen und mal schauen welchen von unseren gegenständen wieder ordentlich verticken können so also den brauche ich auf jeden fall hier nicht sehen auch auf jeden fall nicht sehen wollte ich nicht verzauber das schild vergiss es ist das sowieso weg und du kannst auch weg und du ja gut also ich wollte dich tauschen und ich wollte ich trotzdem erstmal behalten ok und dann kann ich hier sagen pampen 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 pampenp 26.000 neuer das geht ja so ein bisschen wie schauts mit meinen zaubern auf die brauche ich auch nicht den würde ich ganz gerne erstmal noch vor vorhalten einfach um zu schauen ob ich den vielleicht noch auch und dann schaue ich mal was ich hier im inventar so plus zwei decks genau und das habe ich nämlich gedacht plus zwei eiswiderstand und plus zwei eiswiderstand ich will 262 decks super dann passt es für mich schon wieder identitäten will ich auf jeden fall so bist du da bist du kein stadtportal sondern so ausgezeichnet wie viel sind die 125 dann müssen wir doch mal durch die tür zurück durch diesen wunderschönen ladebildschirm und freuen uns riesig auf dem tomb of the awakened ach verdammt ich wollte eine quest abgeben so da oben geht es ja auch nicht weiter wunderbar das heißt hier haben wir noch ein lustiges rätsel vorher vergleiche ich aber die gegenstände die ich noch habe kommen du kannst weg du kannst weg und wenn es jetzt nicht durch diesen lustigen ladebildschirm ginge würde ich jetzt erstmal wieder zurückgehen wähle ich was wollte ich irgendwas habe ich ach ja ich wollte die die quest abgeben aber vorher lösen wir hier das rätsel zack was sagt sagt so hier haben wir erstmal gold dann machen wir hier dann war es jetzt ist ruhig wenn man die öffnen war klar keine große herausforderung aber eben doch wieder ganz überraschend plötzlich gegner so also hier identität patsch identität patsch den brauche ich ja eh nicht den auch nicht doch kommt vergiss es ja weg damit ja immerhin hat er zwei sockel aber vergiss es und eigentlich kommt eigentlich will ich auch wieder den dinge abgeben den wie heißt die quest wirklich ein epic victory i can picture it now race byter der lurker ripp roaring mightily used striking a dashing pose i wish i could have been there to see it of course There's a danger one with talent such as mine simply cannot be risked on such perilous errands. I will spread word of your victory in song and verse. Wunderbar, Queste completed, also die nächste. How do I know where to find these monsters? Why? A bard knows, my friend. A bard knows. For example, ten floors below the torch line. There awaits a forsaken beast by the name Gravecrusher the Doomed. Meet it in battle and return to me with your tale of glory. Jo. Nehmen wir natürlich an. Dem sein, seine Queste muss ich immer noch erledigen. Gut, ähm. Ach, Moment, ich bin ja wieder gelevelt. Gelevelt. So, eins, zwei. Stärke. Komm, hier, Magic. Defense. Patsch. Ja, oder Defense nochmal. Ne. Patsch. Ne, komm, hier. Und da kann ich ja auch nochmal... Oh, den hab ich jetzt noch gar nicht benutzt, obwohl ich ihn jetzt benutzen könnte. Ähm. 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 Wieso hab ich den eigentlich zweimal? Komm, hier, das machen wir mal so. Patsch. Dann kann ich nämlich hier noch sagen... Du. So. Drei. Wunderbar. Okay. Alles klar. Wir gehen zurück in diese Tiefen des Kerkers und schauen dort mal, ob wir da nicht noch eine Kleinigkeit finden, bei der wir... Ach, Ladebildschirm. Ja, wir freuen uns so schön über so schöne Ladebildschirme und deswegen freue ich mich riesig über diesen wunderschönen Ladebildschirm und außerdem freue ich mich... Ah, Moment. Ne, der nicht? Wo ist denn das? Hä? Äh? Äh? Okay. Egal. Also die Musik ist auf jeden Fall schon wieder sehr ermunternd, ermutigend. Ah, wir müssen die Lichter entzünden, entflammen. Das klingt mir jetzt gerade wieder sehr nach Bosskampf, wenn ich das so höre. Deswegen bin ich ja froh, dass ich hier bin. Der nächste Boss wartet. Okay, doch kein Boss. Einfach nur ein Monster ist jetzt halt still. Wie ich wieder super gewusst habe, dass das die Truhe ein Gegner ist, ne? Also ich wusste es nicht. Ich habe aus Versehen nur daneben geschossen, aber ich habe das super gewusst, wie die Truhe ein Gegner ist. Ja, hopp. Äh. Ihr sterbt auch. Du sowieso. Du auch. Und du sowieso. Komm, hier. Patsch. 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 So, wir sammeln hier mal das Gold ein, bevor wir es vergessen. Patsch. Patsch. Official.